So, da sind wir wieder bei Let's Play Rust, mittlerweile in der vierten Folge. Ja, und leider bin ich gerade nicht dabei, weil ich ja irgendwie ein Disconnect hatte und du einfach die Aufnahme startest, sag mal. Also echt. Ja, red doch. Jetzt bin ich wieder da. So, hu hu. Das sah gerade richtig geil aus, du kommst plötzlich hinter den Balken her, das sah gerade richtig gut aus. Ja, ich kann zaubern, guck. Oh, hallo. Oh mein Gott. It's magic. Oh, we're all dying. Oh, scheiß doch, Uri Geller, ich mach, Maggi mach die Knoten in den Löffel. Ich sag ja, ne, it's magic, I'm a bitch, äh, bitch. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja, aber zweimal wiederholen, wa? Ach genau, ich wollte was craften. Was craften? Was craften. Was craften? Ich crafte jetzt neue Wände gleich. Tust du das? Ja. Ich glaube, ich crafte mir jetzt gleich mal ne Brust. Uh. Brust du? Titten? Ja, titten. Hallo. Titten-Bonus. Ist Rust ab 18? Ja. Gute Frage. Ja, gut, dann titten. Dann dürfen wir uns auch sagen. Ja. Rust ist ab 18. Ja, dann dürfen wir auch titten sagen. Titten! Titten. Titten. Oh, ein Schwein. Mit deiner. Semi-erotisch in Deutschland, ich hab's echtesand. Na, egal. So, wir haben unsere Wände komplett, Freunde. Yeah. Ja. Oh, oh, ich glaub, ich hab nen Bug gefunden. La ola. Mein Schwein ist auf der Haun. In den Stein. Nein. Das ist kein Bug, das ist Naturus. Hä? Das ist kein Bug, das ist Feature. Hast du Türzug? Das ist Mobbing, was du da machst, ist dir klar, ja? Ja, das ist Mobbing. So, jetzt brauchen wir so einen Boden für die obere Etage, Leute. Ich hab schon wieder Holz nachgeliefert. Ach, ne, wir brauchen ne Decke, oder? Ja. Spiddling. Ist da jetzt gerade vor unserem Hossenviech, das würde jetzt in einer harten Zeit gespickt. Äh, das ist aber ganz schön komisch, mein Bogen ist weg. Nein. Hier liegt noch ein Bogen drin. Wo? In der Kiste. Das ist meiner. Ah. Ich hab' immer nen Bogen gefunden. Soll ich sagen, wo er war? In so ne Hose? In der Kiste. Mein Kill. Ah, geht weg. Ich will das Mensch. Du bist du, ich sag's, meine drei Pfeile da rein, und du glaubst, die Killshot, und glaubst du dich. Ich hab' einer reingehauen, okay? Die wollen den so schnell leer. Ja. Das ist furchtbar. Wie sind diese bösen Bogen? Ich hab' jemanden nicht gestohlen. Dave vor mir. Ich schau' mir mal das Wasser an. Einmal mal zum Zeigen. Du schaust dir das Wasser an. Ja, ich geh' mal das Wasser zeugen. Du hast noch nie Wasser gesehen. Ich geh' das Wasser zeugen? Doch nicht, ich. Ach so, er will das Wasser erzeugen. Ach so. Ich will das Wasser zeugen. Oh, der geht pinkeln. Der ist der Zeugat des Wassers. Aber ich blute. Verdammt. Es kam aus ihm. Oh Gott. Ich gehe nicht in dieses Wasser. Nein, nein, furchtbar. Dies könnte vergiftet sein. Ich bin verletzt. Wie kriege ich das Verletzte wieder weg? Vantage. Achso, du meinst, hast du Beine gebrochen oder was? Ja. Bleeding oder was? Nee, injured. Achso, ja, da musst du dich irgendwo runter robben, weißt du, von dem Berg oder so runter. Dann würde ich irgendwo runterspringen. Irgendwo, wo ganz hoch ist. Oh Gott. Also, er jetzt aber nicht, weil er ist doch schon verletzt. Deswegen sage ich das ja. Und wie können wir ihn betreffen? Oh, jetzt geht's wieder. Was, wer wird, warum gekickt? Wieso wird er gekickt? Schaut euch diesen Horizont an. So, jetzt nochmal. Warum wird dieser Talib gekickt? Keine Antwort. Ja, irgendwie werde ich hier ständig ignoriert. Weiß auch nicht, warum. Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade... Ups. Mikro gemutet? Ja, genau dieses Problem tauchte auf. Nein, er wird immer in der Liste aufgezeichnet, ja, auf dem Server. Aber das liegt an seinem Client, das liegt nicht am Server selbst. Achso. Musst er Rust neu starten oder neu installieren? So, bin gleich wieder bei euch. Da vorne seid ihr wieder. Hier müssen wir, wenn meine Frames runtergehen. So. So, Leute, wir haben jetzt in drei Folgen Rust hinter uns. Was sagt ihr dazu? Hier, oder? Wir sind in der vierte... Na, das ist jetzt die vierte. Das stimmt, die vierte. Was wir dazu sagen, ähm... Gute Frage. Was soll man dazu sagen? Nicht geschnutgeier. Wir haben drei Folgen gemacht. Wow. Ne, es ging halt darum, macht es euch noch Spaß? Also, wollt ihr das länger machen, oder...? Auf jeden. Mir macht es Laune. Täglich eine Folge, oder nur alle zwei Tage? Boah, man könnte ja theoretisch einfach längere Sessions machen. Also, machen wir täglich. Finde ich wunderbar. Bin ich mit dem Vorfeld einbestanden. Sehr schöne Doppel-Pfeil-Kombo. Da hinten sind Beeren, Vorsicht. Wir müssen jetzt Decken bauen. Keine... Nicht, Wolf. Wolf hat mich gesehen. Nein, Wolf beobachtet mich. Leute? Ja. Wir bauen jetzt nur noch Decken, ne? Machen wir das? Das ist ja eine Frage, ob wir jetzt keine... Böden können wir jetzt keine mehr bauen, oder? Ich mach schon. Ich hasse, sie ignoriert zu werden. Ich hab euch alle. Wir lieben dich auch. Was hast du denn jetzt gesagt? Ich hab's jetzt dreimal gesagt, heute. Ob wir nur noch Decken bauen sollen, oder Böden? Äh... Böden wäre keine mehr. Wenn schon Decken. Also, sieht man... Jeder Boden, der jetzt oben draufkommt, ist eine Decke, richtig? Ja. Gut, das wollte ich wissen. Danke. Nick, da vorne sind die, würde ich sagen, lassen, weil das sind zu viele. Nick, wo bist du? Ja, ich bin immer alleine, das ist ja gemein hier, ey. Ich hab nur noch vier Pfeiler, ich brauch neue Pfeiler. Also, ich hab noch ein paar, aber nicht mehr viele auch. Vier Stück. Nein, was mal. Wir brauchen nur noch neues Holz. Uh, schlecht. Ja, heißt, wir brauchen nur noch ein Ding. Jetzt, Nick, neues Holz. Okay, die erste Decke ist gebaut. Sehr schön. Zumindest gleich. Das ist mein Loot. Ui. Da war richtig viel Loot drin. Gar nichts. Was war denn drin? Äh, zweimal Small Water, anti-radioaktive Pillen und Gunpowder. Wir sollten dann auch, wenn wir nochmal in die Stadt zurückgehen sollten, oder irgendwo ähnlich hin, sollten wir schauen, dass jeder ein paar von den anti-radioaktiven Pillen hat. Ja, das ist wirklich. Ich find's witzig wie ein Hühnchen, äh, zwei Hits von meiner Steinachst überlebt. Ja. Das ist ein Mutantenhuhn. Ich mein so, 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 Steinachstschlag auf den Kopf von so einem Hühnchen. Klar. Mutantenhuhn. Mutantenhuhn. Pass auf. Mutantenhuhn. Ja, Mutantenhuhn. Ich kann sie nicht für früher die Killer Tomaten. Das ist ein Killer Huhn. Lederhelm. Verdammt, ich brauch Steine. Wir haben doch nicht eh mal alleine lassen, dann geh ich jetzt einfach irgendwo hin, oder ist gut. Jetzt ist grad momentan halt die Material- und Essens- und sonstiges-randschaf-Hase. Ja, kommt, ihr könnt mich mal, Kreuzweiser. Komm, hier. Komm, hier. Kann man auf seinen Schlafsack so unter eine Kiste packen? Ja. Was? Was? Ich wusste, dass ein Verkauf wird. Ja, was? War nochmal ein Code. Er hat seinen Schlafsack so unter eine Kiste gepackt. Wieso tut er dies? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das versteht keiner außer eher. Ja, wer denn? Ja, ja, der, der... Der Klau. Genau der, den. Wenn er sich unsere Hüte anguckt, dann wird er alles wissen, was wir über ihn sagen. Ja, kann sein, dass er deswegen immer wieder rausfliegt. Muss aber nicht. Es kann auch sein, dass er nur am Kleinen liegt. Jetzt hab ich dann auch mal volle Stoffrüstung, immerhin, und Lederschuhe. Ich hab noch keine... Ich hab noch nicht volle Ausrüstung. Ich hab so eine Stoff... Ich hab... Ich tue jetzt gleich meine restlichen Stoffe in die Kiste, dann kann jemand bauen. Brauch jemand eine Stoffmütze? Ne. Hab ich jetzt über. Eine Stoffmütze, ja, ich mal ja. Sind eine der Kisten oder so? Ja, gib her, ich nehm so. Oh, bist du? Im Haus. Und der Workbench. Ein Läschwertiger ist alleine, sowas sagt ihr. At home. So gehen wir. Habt ihr das hier warten können. Nö, ihr haut einfach mal ab, das interessiert euch ja nicht. Was denn? Wir haben gesagt, wir müssen Materialien fahren. Übrigens liegt hier unten. Guck mal, ich hab wieder drei Döcher gemacht, du. Wir sind so stolzhaftig. Ich weiß. Wir sind so stolzhaft hier. Oh, ja. Wo liegt denn jetzt der Helm, der Hut? Da. Ja, ich hab Helm. Ne, ich hab Blut. Ach, geht schon. Kann man eigentlich irgendwie was entsorgen? Ja. Wie? Nicht. Einfach aus dem Inventär rauswerfen. Verschwindet nach einiger Zeit. Aber nicht so gut und so weiter, als würde ich sammeln. Nein, den Stein von ganz von Anfang hatte ich jetzt mal weggebracht. Ja, geh vor die Tür, werbe raus und dann ist gut. Geh vor die Tür. Geh vor die Tür und schäme dich. Oh, radiatribe Pellen. Auch gut. Antiratiaktive oder antiratiaktive? Ja, das sind die antiratiaktive Pellen. Ne, die antiratiaktive Pellen. Ne, die antiratiaktive Pellen, mein Gott. Ich hab deines Lebens. Das wär lustig. Hey, ich bin mir dran, die antiratiaktive Pellen. Gumm, 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 gumm. Wollen wir einfach im zweiten Stock eventuell gar keine dichte Wand drauf machen, sondern einfach mehr irgendwie... Eine Flashlight-Wort-Glub-Film. ...einen Zaun oder so, dass man einfach drüber schauen kann, dass das der zweite Stock so was wie der Aussichtspunkt ist? Ne, wenn am Fenster, meinst du? Ach, können wir auf Fenster? Geh da auf, steh jetzt. Boah. Ja, das kann man auch mal. Kann man da rausschießen? Ja. Ja, perfekt. Und reiß hier nur auf. Ja, gut. Nicht so perfekt. Nicht witzig. Ne, aber das mal... Kann man nicht fackeln oder sowas aufstellen? Nein. Eine 9mm-Pistole-Brupprit, geil. Ja, wie auch. Schön, schön. Das heißt, ich kann jetzt ein Flashlight und 9mm-Börmen machen. Schön, schön. Es bringt also eine Menge, diese roten Viecher zu farben. Ja, da sind hier keine mehr. Wo sind die alle? Aber leider, das sollte man nicht vergessen, dass man auch Stein und wenigstens braucht. Gibt es eigentlich noch andere Viecher als die Viecher, die wir jetzt hier gerade haben? Ne, es gibt nur Wölfe, Schweine, Rehe, also Hirsche, Rehe da, Beeren und das war's, glaube ich, ne? Es gab mal Zombies, aber die haben sie bewusst rausgenommen. Waren die so ein bisschen OP und so? Ne, die Zombies waren nur in Platzhalter. Ne, 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 war nie geplant. Platzhalter. Achso. Deswegen, die Tiere an sich sollen angeblich auch nur Teilplatzhalter sein. Also sie sollen schon drin sein, aber es sollen da auch irgendwie Mutanten sind wohl geplant. Ah, das ist doch mal was. Und momentan, sobald man einen Bogen hat und mehr als zwei Leute, ist das Wildlife nicht so gefährlich. Mutanten also? Na, da haben wir doch schon mal einen. Nur einen? Okay, zwei. Fünf. Fünf? Fünf Mutanten? Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Ist das eine Neue? So, ich bin jetzt hier gerade am Hacken. Wer ist das? Hey, äh, ah, du bist das. Was habt ihr mit all den Tieren hier angestellt? Hier ist gar nichts mehr hier. Oh, oh, ich hab ein Research Kit und Papier. Wunderbar, geil. Nehmt das Research Kit aus. Der kann das Research Kit mit dem Research Kit lernen. Und dann können wir alle Research Kits researchen. Research Kit Saption. Oh, der muss es ja so. Oh, ich habe eine radioaktive... ...Red to Red Pants gefunden. Ich brauche noch, Rose. Da hinten, wer läuft da Richtung dem Stein, den großen Stein da gerade? Dankeschön. Bitteschön. Heißt, ich bin mir auch ein radioaktives, also ein anti-radioaktives Oberteil. Dann habe ich alles. Hey, Leute, ich habe gerade ein Haus gefunden. Nichts unendlich weit weg von unserem... Oh, fuck, 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 Hilfe, Hilfe. Wo bist du? Dave. Will einer mit mir nach mir hinterher zu dem Haus schauen? Jupp. Äh... Bei dieser etwas größeren freien Fläche. Ich kann... Ich habe leider keinen Kompass, damit ich die Himmelsrichtung eingeben kann. Oh, ein Huhn. Das war jetzt gut, gut. Ich habe leider keinen Kompass. Oh, ein Huhn. Brauche ich noch hier mal Ledertour? Ich bin so gut, ich treffe das Huhn nicht, ey. Wir haben schon wieder Ledertour gefunden. Doch, ha, headshot. Ich glaube, wir haben jetzt im Überfluss die ganze Reindingen. Haben die roten Viecher früher auch getroppt, nie, ne? Nein. Das ist erst so mit einem der letzten Badges gehabt. Okay. Das ist cool, finde ich recht cool. Ja. Nick, wo bist denn du gerade? Zum Glück, Spau. Bist du gerade der, der da die in Hügel da runterläuft? Ja. Ja, komm mal mit, da hinten ist das Haus. Warte, ich will das Huhn jagen. Das ist auch noch ein Huhn. Ich lasse ihn sein Scheißstein und er kommt zu mir, ne? Ich kann ihn, ich kann ihn schlagen, ne? Was eine andere Frage, wo? War so eine Frage, wo ich nach Hause? Das ist nicht, wenn du dich nach hinten schaffst, dich umdrehst, dann siehst du ruhig. Hier über die Köln über die Hügel rüber? Ja, 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 ja. Okay. Noch kein Achtes, noch fast keine Rüstung. Ja, dann geh ich mal eben neue Decken bauen. Äh, wo denn? Ui, rechts ist ein Wolf. Ein roter. Ja, da geradeaus, wenn du ein Stück weiter gehst. Das ist Haus. Oh, das ist ein Wehr. Ich bin so schlecht gerade, ja. Ich bin so schlecht. Ja, ich bin so schlecht. Da, ich bin so schlecht. Was war drin? Äh, nur Boden. So, wo ist das jetzt hier? Da, rechts, links von uns Wolf. Ja, unter. ich freue mich über nicht immer zu haben wir haben perfekt doch kommt auch nur das mal wiederfinden wenn wir die nächste Fettel der Bande Kampfer aus dem abdurchschnitt kannst du als Atmen nicht in die Erbauer Wettbewerb das ist das Haus auch wieder ich habe die straße wieder gefunden leute gar nicht so unendlich weit weg von dem haus waren wir aber schon mal es kann sein dass er von hier aus ja stimmt da hinten ist die stadt gewesen ja hier waren wir schon hier ist nichts drunter wir könnten mal ein stück die straße noch lang gehen und gucken ob da noch was kommt der leute ist einfach nur leute wissen nicht dass das hier eine nähe ist wo wir früher unser altes haus auch hatten ja so ein altes haus wo wir angefangen sind wollen wir das metal für mal in den ofen tun ja dann machen wir nur merken nach rechts und dann einfach bis zum meer und dann am wasser entlang ich weiß so dann habe ich das metal die 38 mal schon mal in den oben rein ob das so er war schon ganz schön was gesammelt wir könnten die metalltür bauen und wollen wir draußen dreidig und schwingt aber wir haben schon beteiligt das war war nur links drüben polo so was wollte ich jetzt genau ich baue und stecken ich habe zwei jetzt zwei zwei brauchen wir so ein paar ich weiß nicht wo wir das bauen wollen brauchst du habe ich schon ich habe ein research also wir brauchen noch insgesamt zwei decken decken also 22 dächer kann jemand mit 9 mm monitoren herstellen kann man ich glaube ich allgemein jeder stoff oder auch da jetzt jetzt habe ich es gesehen heißt ich kenne jetzt die waffe und die amoe ich kenne entweder hätte daneben oder headshot gerade war nur ganz froder ey nur ganz froder ich habe auch keine feine mehr hat jemand 10 low quality metal für mich äh nick ich trock dir mal 6 müssen deine kiste liegen da müssten einige liegen ich habe selber auch nicht nur so nicht nicht low quality metal da dann muss man der körperliche schritt Moment 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 bitte einen Moment danke Ach hier ist sogar 9 mm Ammo geil Eine Blueprint Explosive Charge Oh so nice Oh das ist nice Ah So Low quality metal Gunpowder und Money Also Low quality metal haben wir nicht drin aber Metal Fragmente Lassen wir den BR noch killen und dann langsam wieder zurück gehen Jo Wir brauchen wahrscheinlich beide jetzt dann wieder Materialien Crafting Pfeiler Low quality metal Hast du noch Pfeiler? Ja ein paar habe ich noch Hey lol Der war schön genau von dir gestorben Und wieder eine Blueprint Flashlight Nice Habe ich auch schon Bam So dann lass uns mal zurück gehen Digger Jo 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 Ja war ja recht erfolgreich wenn wir einiges gefunden Jo 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 Aber du weißt jetzt, warum wir diese Spiel suchten, oder? Hat schon seinen Grund. Nee, nee, überhaupt nicht. Warum denn? Ja, ich weiß nicht, es ist schlecht, also es ist grausam. Ja, voll langweilig. Diese Alpha ist so kacke. Schlechter als Daisy. Hey, ich sag nur, ey, guck mal, du kannst auf dem Boden rumroppen. Das war aber, weil ich angeschossen wurde. Bzw. mein Bein kaputt war. Ah, okay. Also verletzt. Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz auf die Kontrolle beim ersten Mal, auf der sie klargekommen, und bin von der Leiter gefallen. Wolf, auf rechten Seite. Und Bär. Schön. Was first? Meine Waffe hat fünf Plätze frei. Vier Schuss. Bär first, oder? Vollhit. What the hell, ey. So. Ach schon, ich brauche, oder du brauche, okay. Ich habe noch zwei Decken. Warum blieb... Hä? Was war das denn jetzt? Wo sollen die Decken jetzt hier überall hin, ja, ne? Noch zwei Pfeile, Nick. Ich versuche meine Golf. Hey, ich habe noch meine Largewood-Kist gefunden. So, das Storage-Kist. So. Und damit ist der nächste Boden auch fertig. Wie lange ist denn die Aufnahme? Äh, 23. Ah, okay. Ich habe es im Auge, keine Sorge. Gut, gut. Hier muss noch eine Wand hin, ne? Dave? Äh, ja, ich weiß. Ich weiß. Ne, ich frage nur, ob hier noch, hier, wo ich jetzt gerade noch eine hin muss. Nick, ich lasse dir mal die Tür offen, ne? Hm, ich komme nicht, wir tun doch schnell das Holz für mich checken. Hier war ein Holz drauf. Hier, Dave, hier? Muss hier eine Wand hin? Hier, achso, hier, so bei der Treppe hier, meinst du? Ja, damit man da nicht runterfällt, meine ich jetzt. Ja, 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 ja. So. Schön, oder? Guck mal, der hat eine kleine Waffe. Du kommst mit Licht. Mit Licht. It's lightning. Und ich habe noch vier weitere Plätze frei. Bist du... It's lightning McQueen, lulululul, lululul, lululul, lululul. Ach Gott. Datum... Hey, ka-tshao, das heißt, der Amanda Kadjo. So, ich hab mal... Sind wir doch schon nach recht weit gekommen, heute, muss ich ja sagen. Hätte ich nach, die ganze Scheiß hätte gar nicht mehr gedacht. Hahahah. So, ich hab jetzt 63-mal Fleisch, dass wir hier das mal die ...Kochstelle werfen. Du hast auch, glaube ich, 99% von unserer League eingesammelt, ne? Ja, weil er lootet wie so ein... Ey, unglaublich. Ich bin ein Ninja-Looter. Das war ich schon immer. So siehst du auch aus im Gesicht, so wie so ein Ninja. Wie gerne will ich es gerade machen, ne? So, ich grab mir jetzt mal 40 Arrows, nachdem 30 auch schon wieder so instant weg waren einfach. Ich will das Lagerfeuer. Ja, das geht nicht. Ah, jetzt geht's. Ich bin der Vieh, hier sollte man Musikinstrumente haben können und das Lagerfeuerlied spielen. Ja. Okay. Warum geht das hier nicht rein? Ah, jetzt. So. So, jetzt noch mehr Holzsuche, wollen wir jetzt lange mit Metal anfangen? Wollen wir hier Metal rumbauen, oder wie habt ihr das vor? Oh, ich denke mal, nein, wird's gut raus. Okay. Dafür müssen wir das wie Blue Prince finden. Ach ja, stimmt ja. Dann geh ich mal rote Viecherfarben, ne? Mach das. So, wo waren die denn jetzt noch mal? Geben wieder hinten, glaube ich. So, wieder neue... Und zweites Resort. Wird jemand mitkommen, dass ich da nicht alleine rumlaute? Nö, es schaffte ich überlebt. Ich baue jetzt gerade erst mal neue Pfeile. Was für ein Wunder, dass niemand mitkommen will. Naja, was soll's. Ich hab nur gesagt, ich baue jetzt gerade erst mal kurz ein paar neue Pfeile. Und wie lange geht die Aufnahme noch? Vier Minuten. Okay, glaube ich, noch ein bisschen Holz fallen. Wie kann ich meine Fackel eigentlich wieder aufladen? Du musst eine neue bauen. Neue bauen. Achso. Deswegen sind so Waffen nachher mit Licht richtig gut. So wie meine. Kann man später Taschenlampe bauen? Ja. Also ich kann jetzt schon welche bauen. Gleich schnell kann ich auch bauen. Aber ich meine jetzt nicht für die Pistole, sondern halt eine wirkliche Taschenlampe. Ja, gleich schnell kann ich jetzt auch schon bauen. Echt? Da brauche ich nachher mal eine von. Alter, wie lange, wie viele, wie viele Helden so ein Schwein von so einer Pistole aus, Mann. So. Scheiß Schwein, ey. Und zu korrigieren, nein, eine riesige Taschenlampe kann man nicht bauen. Das ist nur ein Aufsatz für eine. Okay, okay. Ja, wobei, wenn man's genauer anguckt, haben sie da irgendwie dran geklebt, scheinbar. Äh, da dann. Was bringt Macht eigentlich Cold? Erfriert man da irgendwann, oder? Ich glaub nicht. Nee, ich hab ihn noch nie gehabt, auf jeden Fall. Hab ich getroffen? Ui, ein Stein. Mach das jetzt mit einem Spitzhack mehr, brauchbar. Geh mal da hinten hin. Es dürfte jetzt ziemlich weit eigentlich kaum noch Viecher da sein, weil Nick und ich fast alles getötet haben. Mhm. Ja, ich hab da noch hin, noch welche gefunden, rote. Wo seid ihr denn? Das ist grad nur unterwegs, so ungefähr. Ich bin jetzt auf der Straße, ich lauf grad rum und schau, was ich so finde. Ich lauf grad rum und schau, was ich so finde. Die Straße und rechts, warte, ich komm mal zu dir. Ich bin jetzt, lauf jetzt zurück zum Groß. Okay, ich geh, ich fände jetzt mal Richtung Straße. Übrigens, Jungs, wir kriegen gleich eine zweite große Kiste. Sehr gut. O-Po, und ich glaube, ich bin jetzt hier ein bisschen drauf. Da bist du das oben drauf. Ja, ich steig der Ostdach. Hehehe. Hehehe. Huiiii. Hehehe. 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 das ist doch hier ein schönes, spartatisches Leben, das wir uns errichten der ballert mich hier rum ich hau gerade so auf die roten Viecher da ist auch ein roter Viecher bei mir was? was ist eigentlich der Unterschied zwischen den normalen und den roten? die sind radioaktiv verseucht ach ok, weil die irgendwie halten die roten weniger aus ich bin mit Waffen, weil es ist nämlich einfacher, die roten Viecher zu killen gucken wir mal was mal drinnen, eine Blueprint, Shotgun Blueprint nice oh fuck 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 ich höre dich auf jeden Fall schon knallen, du bist also irgendwo von mir in der Nähe ahhh, ich blute scheiße ich bin verbündig du bist grad da, hilf, oder? ja ja alter, du rennst zu schnell ok, wir haben noch was anderes aus, alter wunderbar, danke und Schutgang noch lieber drinnen, fünf, äh, zehn Stück ja, er hat sie gleich genug alter ist ja geil alter 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 sagen wir's ab jetzt einfach alle neuer, ok? ok, neuer neuer so Leute, wir sind bei 30 Minuten nein, kunde ist besser schon wieder was, schon? ja, wir machen jetzt auch ne Pause ok dann machen wir Pause und fertig ja, dann bist du gleich, ne? jo, tschüss 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 tschüss